willkommen in meinem neuen vlog von mir ich war heute beim praktikum musste um 8 uhr morgens aufstehen jetzt laufe ich wieder zu meinen freunden nach hause verbringe ein bisschen zeit mit meiner freundsfamilie und mit meinen freunden natürlich und es war richtig geil ich muss heute reifen wechseln weil auch bei einem lkw und alles aber ich fand es richtig geil hat mir spaß gemacht und jetzt laufe ich ein bisschen nach hause ein bisschen dreckig aber so ist das als kfc mechatroniker wenn man das sein will dann muss man auch mit dreck arbeiten und so ist das ich laufe jetzt nach hause und melde mich noch gleich bei euch ich bin jetzt draußen mit meiner freundin wir chillen ein bisschen laufen ein bisschen rum und ich will noch mal eben hallo meinen brüdern sagen weil die auch in den dorf sind wo ich jetzt momentan bin auch mit fahrrad und der eine ist mit fahrrad gekommen und der andere mit bus und sag ich ihnen hallo und ja viele haben eigentlich viel haben wir eigentlich vor nur dass hier mit nala mit dem hund von meiner freundin bisschen spazieren gehen hunde runter machen und danach danach gehen wir alle zusammen mit die familie von meiner freundin mit der familie und meine freundin und so sieht mein tag heute aus ich werde euch paar clips einblenden und bis später jetzt gerade unterwegs mit pennyboards meine freundin wollten wir uns ein bisschen mal bewegen also ich meine freundin wollte nicht mehr so rausgehen aber sind wir doch rausgegangen bewegen ein bisschen fahren wir mit pennyboards danach fahren wir gleich in 30 minuten wieder nach hause verbringen wir ein bisschen zeit miteinander ich wollte leute mich mit euch erstmal verabschieden jeden tag ich habe heute nicht viel gemacht nur dass ich mit meines freundin und familie ein bisschen zeit miteinander verbracht haben und wir haben auch zusammen alle gegrillt haben wir ein bisschen gegessen ein bisschen gelacht ein bisschen zeit miteinander verbracht und ja es war sehr schön heute und ich will diesen tag heute schon beenden weil ich jetzt schlafen gehe ich muss noch diesen vlog für euch schneiden und hier habe ich noch ein youtube bild für euch gemacht ein ja ein cover ein youtube cover und bis morgen und schönen abend nochmal ein ja ja Untertitelung des ZDF, 2020